Musik Ja meine Leute, herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer neuen Folge Flugzeug Simulator. Ewig ist es jetzt her, wo wir das letzte Mal Flugzeug Simulator gespielt haben. Und deswegen wählen wir jetzt auch mal ein Flugzeug direkt aus. Warte mal kurz. Okay, mit was fliegen wir dann? 7.57, ich würde so gerne mit einer 7.57 fliegen. Die Boeing 7.57 ist einfach eines der schönsten Flugzeuge, der wird. Aber dazu brauche ich Schneider Pro. Schade, es hat so. Ja, da wird es mir langsam zu klein. Äh, das ist heute mal was Größeres wie Airbus A321-200. Golf Air. Ja, wir fliegen mit Golf Air. Und zwar fliegen wir vom Gate 3. Fliegen. Error, downloading aircraft. Check network connection. Was ist jetzt los? Äh, das ist aber nicht losgeht. So, hier sind wir. Gull F Es heißt, wenn fliegen. Nicht nur am Boden rum. Sondern einfach fliegen. Und wenn wir im Stadion. Ja, ich steck mal rein. Was am Flughafen der Linn ist, was natürlich. Ich glaube, die Linn ist das auch gut. Ich steck mal rein. Ich steck mal rein. Ich steck mal rein. Hm, voll ins Pumpkin. Ja, mal rein. Ich steck mal rein. So, ich steck mal rein. So, ich steck mal rein. Ich steck mal rein. Ich steck mal rein. Ich habe gerade nicht auf meinen Bildschirm geschaut. Ich habe gerade, keine Ahnung, einfach nichts gemacht. Ah, Mann. Ich steck mal rein. Ich steck mal rein. Ich steck mal rein. Ach, Mann. Wir sind gerade rein. Nein. Wir sind gerade rein. So gefühlt an der Ewigkeit später. Ganz normales Ding, ganz normales Ding. Jetzt wird grad fast den Berg gerührt, aber hab ich nicht. Richtig einfach. Es ist entspannter Fliegel, entspannter Fliegel. Würde was anders sehen, aber Skellele. Skellele sieht man mich immer an, ist entspannt. Skellele, ja da ist dring entspannt. Scheiße. Ich glaub das ist auch nicht ein Youtube Shorts. Einfach nur absolute Dummheit. Dummheit tut weh. Es ist einfach die Wahrheit Leute. Ja äh absolute Wahrheit, dass Dummheit weh tut. Und damit würde ich jetzt auch sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Es wird mir hier oben jetzt zu heiß. In meinem Aufnahmezimmer und auch Schlafzimmer. Und ich sag jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis... Das nächste was ich hochlade ist eine Folge Zombie. Weil das kann ich auf dem Balkon aufnehmen, das ist windig und dann ist es entspannt. Und dann sag ich euch jetzt wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Skellele. Tschüss. Alexa, halt deine Fresse. Wartet mal Leute, wir machen jetzt was. Ich bin ja schon flug, so ich sind wir leider jetzt nicht mehr spielen. Ich sag jetzt mal nicht Tschüss. Alexa, diktiere mir. Mir schreibt man M-I-R. Alexa, sprich mir nach. Euer Skelett, Tschüss. Euer Skelett, Tschüss. Mann! Scheiß Alexa! Tschüss.